Hey, 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 da draußen, ich bin's wieder der Frank und es geht weiter mit dem FC St. Gallen. Wir hatten ja im letzten Let's Play eine Siegeserie, würde ich sagen, drei gewonnene Spiele, das ist schon wirklich gut. Und auch noch in der Europa League zu Hause, Rotterdam geschlagen und jetzt geht's auswärts gegen Sporting Lissabon. Und wir hatten ein paar Spieler, die aufgewertet worden sind. Wir haben Staubli verkauft, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Nächstes Spiel Fitness bin ich dabei und kann man alles so lassen, würde ich sagen. Dann natürlich, wie immer, ihr kennt das Prozedere, wir werden eine Weiterbildung starten, weil wir Managerpunkte brauchen. Natürlich wieder am Dienstag, Montag wird gefeiert, naja, nicht ganz, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, das können wir mal so lassen. Wir haben das Präsidium zu 100% hinter uns, die Spieler 92% und die Fans zu 100%. 1,9 Millionen haben wir jetzt Transferbudget, das heißt, wir können nochmal was Gutes einkaufen. Und Vereinsbudget von 807.000 Franken. Ja, unsere Büroauslastung ist 41 von 60, finde ich auch okay. Stadionsauslastung ist 84 und der Zuschauerschnitt 18.000 ist fast wie im richtigen Leben. So, Salifu, ja, du kannst auch mal was tun, das ist auch gut. Was wollte ich sagen? Ich gucke nochmal, wie es jetzt aussieht mit unserem Kader. Ich meine, da brauche ich nicht viel sagen. Es ist, ja, die Teamgröße ist, Durchschnittsalter, alles gut. Erfahrung in der Liga immer noch 1. Wir haben mit der 4, 1, 2, 3 keine guten Karten. Wie sieht es denn aus mit der 4, 2, okay, da brauchen wir noch ein rechtes Mittelfeld. Wir haben ja, ihr seht ja hier, was wir alles haben, eine Gesamtbewertung von 2, also 30, was ja auch schon gut ist. Ich bin irgendwie gerade total von der Rolle. 4, 1, 3, 2 geht nicht. Was ist mit der 3, 5, 2? Nein, ich spiele ja meistens defensiv, neutral oder offensiv. Also 5, 3, 2, Dreieck wäre was. Und da brauchen wir immer noch unseren offensiven Mittelfeldspieler. Und wir gucken mal, was wir so im Angebot haben. Wir haben 1,9 Millionen Franken. Das heißt, wir können uns schon was erlauben. So, wenn wir jetzt hier nochmal gehen, 20 bis 28, das passt. Immer noch der offensive Mittelfeldspieler. Stufe 7, 1,7, 1,3 Stufe 7. Was kann der? Freistoß, Antritt, Schnelligkeit, Ausdauer. Er war halt ein Stückchen besser, weil er ein torlicher Übersicht, Technik, Kreativität und Ecken hat. Ja, hier wäre auch geil, aber der kostet halt einfach zu viel. Für eine Million, der ist schon zu alt. Aber der 21-Jährige hier ist gar nicht mal so schlecht. Ein Rechtsfuß, Stufe 7, der kommt hundertprozentig nicht zu uns. Der José Enamorado. Könnte man doch mal ein Vorgespräch planen. Und wenn das dann funktioniert, dann ist es okay. Und dann können wir ja mal schauen. Ansonsten hätte ich gesagt, könnten wir auch hingehen und uns hier den Norweger holen. Auch gut. Der Dromsel. Oder heißt der Erik Ketolano? Was ist der Verein? Okay. Ja, macht natürlich Sinn. Uiuiuiui. Den könnten wir uns auch holen. Das heißt, wir machen hier auch mal ein Vorgespräch und gucken mal, ob die Leute überhaupt Lust haben, zum FC St. Gallen zu kommen. Was sagen unsere Fans? Unsere Fans sind nochmal kurz angestiegen. Auch gut. Landesweit haben wir 110.000. Ihr seht, das Wachstum ist echt enorm. So, was haben wir denn hier? Mitarbeiter, Fanbeauftragte, 16.000 Franken pro Jahr. Ziel 1. Passt. Auslastung 100%. Wenn ich jetzt hingehe und sage, hey, unser Ziel ist 2. Na gut, das sollte jemand anders machen, nicht ich. Aber es ist okay. Mitglieder ebenfalls. Ja, aktuell 100. Es ist irgendwie, ich wollte schon sagen, gelogen. Ist es aber nicht. Wir werben mal Mitarbeiter und gehen da mal über. So, das kurz vor Weihnachten eine Feier organisieren. Ja, ist gut. Feiern sind immer gut. Dann machen wir die Feier doch am Freitag nach dem Spiel gegen Sporting. So, dann schauen wir doch mal weiter. Was haben wir denn hier? Strafraum, Ecke Strafraum, Ecke Rückraum ist das. Ah, jetzt lese ich das Ganze mal richtig normal. Schwalben will ich nicht, Dribblings, Absatzfalle, Pressing. Wir trainieren ein bisschen. Kurze Pässe. Pässe, Pässe, Pässe. Verschiedene Taktiken, Kopfball und das passt. Lassen wir doch einfach mal so gehen. Jose, Enamorado. Ein Spieler, weiß ihre Zeit, schätzen. Ich kann mir einen Wechsel vorstellen, meinte er. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt weg möchte. Ihr Interesse erbt mich aber auf jeden Fall. Schön. Er würde gehen und Erik Quitolano. Sagt im Endeffekt genau das Gleiche. Er möchte nicht unbedingt weg, aber Marketingkampagne des FC St. Gallen verpufft wirkungslos. Ich habe viel Geld investiert für nichts. Wenn ich dann Meister werde, dann werdet ihr alle nochmal kommen. André Zimmermann, rechts außen, 4,1, 18 Jahre, 600.000 Franken. Echt jetzt? Er hat eine Form von 10. Mich erinnert der an irgendjemanden. Ich würde sagen, da warten wir noch. Da kommt bestimmt noch was anderes. David Jakovic. 19 Jahre mit 4,3, 1 Million. Das machen wir. Wir können auch mal 4 Stunden einplanen. Passt. Schauen wir mal. Meine Forderung für die Ablöse sind 1,2 Millionen. Beteiligung beim Weiterverkauf machen wir 20%. Dann gucken wir mal, was hier so passiert. Anjelo Calabrese ist der Manager von Paganese Calcio. Die 1,2 nimmt er an und die 20% nimmt er auch an. Dann können wir doch ruhig nochmal einen hochgehen, oder? Nein, gut. Dann nehmen wir das so an, wie es ist. Das heißt, das junge Talent wechselt nach Paganese Calcio. Ja, warum auch nicht? Ich hole mir dann schon was Neues. So, jetzt fliegen wir nach Lissabon. Und dann geht es in der Europa League gleich mal weiter. Oh, ich habe einen verletzten Duo, war das, wenn ich richtig gesehen habe. So, lieber Co-Trainer. Verdiene dir dein Geld. Mit 108 zu 76. Also, wenn ich da nicht defensiv spiele, dann weiß ich es auch nicht. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da kannst du nichts sagen. 10, 9, 10. Ja, da sind wir noch weit, weit, weit. Weit, weit, weit weg von mir. Genau, da sind wir. Wir spielen natürlich, äh, ich würde sagen, wir spielen, was wird der Co-Trainer sagen? Er würde sagen defensiv, oder? Ja, er würde auch neutral sagen. Gut, weil das das vorhin so, äh, ja, funktioniert hat. Ich gehe aber mal auf vorsichtig defensiv. Das kann bleiben. Konter vielleicht noch ein Stück hoch. Hartnäckig, äh, zielgerichtet, Strafraum. Rückraum, Eckenbau, Schnisch. Das war alles gut. Wir gucken, wir gucken, wir gucken. Und dann sehen wir schon. Natürlich gibt es jetzt wieder Geld. 4.030. Co-Trainer macht den Rest. So, hopp, St. Gallen. Freistoß. Giovane Cabral. Sporra und Ziggy ist da, abgewehrt. Weit vorbei. Ecke von Ruiz getreten. Geht nach außen auf Quintia. Quintia gibt in die Mitte auf Görtler. Görtler nach vorne auf Camberi. Camberi auf Nuhu und, ja, Nuhu hat es mal versucht. Der Winkel war aber leider nicht so gut. 5 Minuten rum. Wir sind wieder am Angriff. Görtler in die Mitte. Da steht Gümot und dann Camberi. Leider nein. Wir schlagen uns gut. 2 zu 2 Chancen jetzt gerade. Wir kontern. Stilhardt nach vorne auf Görtler. Görtler dribbelt sich vor. Bis in den Strafraum. Und dann zieht er ab. Leichte vorbei. Giovanni Cabral mit dem Freistoß. Ziggy ist da. Kein Problem. Elfmeter für Andras Sporra. Warum auch immer die jetzt einen Elfmeter bekommen haben. Aber er hat es wohl gerissen. So. Ja, dann geht das Schlag auf Schlag. Wenn ich es gesehen habe, ist Sporting vierter und wir sind zweiter. Das wird sich nach dem Spiel wohl ändern. Und dann zu Hause eine Macht. Wir sind 3 zu 0 hinten. Ich würde sagen, wir stellen die Taktik um in der Halbzeit. Gucken aber mal, was Sporting noch so macht. Leute, 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 Leute. Das ist echt krank. Nochmal Sporra. Und, ja, 4 zu 0 in der ersten Halbzeit gegen Sporting. Lissabon ist eigentlich schon sehr krank. So, wir gehen jetzt mal auf vorsichtig offensiv. Können die Konter noch ein bisschen nach oben fahren. Hier machen wir regelmäßig. Hier auch. Ja, dann gucken wir mal, was so passiert. Lissabon greift nochmal an. Ich glaube, das wird die höchste Heimniederlage, Heimniederlage, äh, Auswärtsniederlage, die wir hatten. Görtler aber jetzt auf Ruiz. Ruiz dribbelt sich vor an die Strafranggrenze und passt in die Mitte auf Jumot. Jumot auf, Camberi und leicht vorbei. 45 Minuten sind rum. Ich würde sagen, es wird Zeit für extra Motivation. Und wir nehmen den Italiener. Signori, if you're up, do your chin in the sheet. If you know what I mean, then better do not let your head hang down. You know what I mean again. So, get out now and try to win. Please. Grazie. Si, grazie. So, was haben wir hier? Vatkowiak. Schon wieder vergessen einzuwechseln. 5-4er Stärke hat er. Ja, kann ich nicht viel tun. Kann ich auch nicht viel sagen. Rechtsaußen- und Innenverteidiger wäre Maschke. Aber eben nur 6-1. Ich hätte ihn gern da, aber ich bin mir nicht sicher, ob er für Stillhardt spielen kann. Wir werden sehen. Der Co-Trainer wechselt ihn ein, bin ich mir sicher. Lukas Görtler jetzt mit der gelben Karte. Noch eine gelbe Karte. Vincent Rüffli. 60 Minuten, 70 Minuten rum. So. Gelbe Karte für Basil Stillhardt. 82 Minuten rum. Eieiei, wir haben gewechselt. Wechselt. Okay. Maschke ist drin. Kommt für Kinddia. Okay. Miromuheim kommt. Das heißt, wir gehen jetzt auf sehr offensiv. Können wir uns erlauben. Finde ich vollkommen in Ordnung. Das Dribbeln können wir auch nochmal eine Stufe hoch tun. Regelmäßig. Mal gucken wir mal, was passiert. Drückt uns die Daumen. Wir gehen noch eine Stufe hoch. Er geht gar nicht. Okay. So, St. Gallen kommt. Stadio. Ruiz. Maschke. Körtler. Ribero. Auf. Muhheim. Muhheim. Jesus. Leider vorbei. In der zweiten Halbzeit keine Tore mehr gefallen. 4-0 verloren. Was soll man sagen. Leistung Mannschaft. Ging so. So, es ging durchaus zur Sache heute. Muss mich entschuldigen. Und was denken sie? Generell einstehende Mannschaft. Schwierig. Der Spendigspieler müssen an Intensität zulegen. Gibt es bei den Fans ein bisschen weniger. Uh, jetzt sind wir vierter Platz. Ist das Wahnsinn. Es wird noch eng da oben. Tottenham. Nein, eher nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele noch stattfinden. Sechs haben schon stattgefunden. Ja, das heißt, eins haben wir noch mindestens. Ah, ich bin sogar schon ausgeschieden. Das war es schon. Schade, schade, schade. Aber schön war es trotzdem, dabei zu sein. Also dabei sein ist alles. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, wir können uns jetzt endlich, endlich auf die Liga konzentrieren. Und da sind wir auch schon beim nächsten Gegner. Das ist nämlich Vaduz. Also Europa League vom zweiten Platz auf den vierten Platz. Eben wegen dem Torverhältnis ausgeschieden. Ja. Ist immer, wie es ist. So, Co-Trainer macht das. Finde ich gut. Spielen die üblichen Verdächtigen. Ja, ich muss noch Spieler kaufen. Vaduz ist neunter. Vaduz ist... Jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Hat Vaduz eine stärkere Stärke? Nein, hat es nicht. Warum spielen wir dann zu Hause vorsichtig defensiv? Willst du mich verarschen? Wir spielen offensiv. Logischerweise. Entschuldigung für meine Wortwahl. Das ist manchmal... Überkommt es mich. Wir spielen... Jetzt mal periodisch. Rasensprenger ist an. Alles gut. Werden jetzt mal hier in der Mitte nochmal ein bisschen zulegen. Hier nicht. Das passt. So, hier sehen wir das. 6, 6, 5, 9, 6, 2, 5, 1, 7, 8, 7... Ja, könnte eng werden jetzt über die Mitte. Aber es wird funktionieren. Das wird funktionieren. Da bin ich... Da bin ich fest der Meinung, dass das klappt. Und dann geht das los. So, Hoppsankal. Wir spielen zu Hause. Stielhardt auf Ruiz. Gürtler auf Kamberi. Kamberi dribbelt und zieht ab. Florian Kamberi. Und dann gibt es einen Elfmeter für uns. Direkt danach noch Jordi Quintia. Zwei Tore geschossen. Bam. Wir führen gegen Waduz. Zwei zu Null. Wenn ihr ganz links unten guckt, sind wir in der Tabelle immer noch Vierter. Aber punktemäßig haben wir schon ganz schön krass aufgeholt, wenn es so bleiben würde. So, Schmidt. Wer ist Schmidt? Ach, das war ein Konter. Jetzt gibt es eine gelb-rote Karte für Waduz. Das kann mir nur recht sein. Gonzales nach außen links. Gürtler. Gürtler dribbelt sich nach vorne. Ganz knapp vorbei. Vincent Rüffli kriegt eine gelbe Karte. Dann noch Boris Prokopitsch. Proko? Ja, ihr wisst schon, wie ich meine. Victor Ruiz mit der Ecke. Ruiz tritt sie rein in den Strafraum. Gürtler auf Kamberi. Kamberi und drin das Ding. Drei zu Null. Manuel Suter mit der gelben. Das heißt, sie haben drei gelbe und eine gelbe-rote. Wir sind gut dabei. Wir könnten eigentlich jetzt mal einen Gang zurückschalten. Werden wir aber nicht tun, weil wir brauchen Tore. Noch eine gelbe für Tunahan. Cicic. Lorenzo Gonzales ebenfalls mit einer gelben Karte. Mohamed Koulibaly. Und da war Joel Schmid da. Macht den Anschlusstreffer. 3 zu 1. Matteo Di Gusto mit der gelben Karte. Wir greifen an über Gürtler. Gonzales einfach mal von 40 Metern Entfernung geschossen. 4 zu 1. Wir haben gewechselt. Frisches Fleisch ist im Spiel. Ruiz. Fabinho. Quintia. Ribeiro. Kamberi. Gonzales über den Wolken. Boris Prokopitsch. Dreistoß für Vaduz. Cicic. Schmid. Yannick Schmid. Aber der Videoassistent überprüft, ob es abseits war. Und? Er deutet zur Mitte. Also 4 zu 2. Noch knapp 20 Minuten zu spielen. Nico Hook. Mit einer gelben Karte. So. Wir greifen nochmal an. Stair Jew. Im Abseits steht Vincent Rüffli. Mann, 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 Mann. Freistoß. Musa. Nuhu. Nuhu. Einfach direkt daneben gezirkelt. Das Ding. Sachen gibt es, die gibt es nicht. Aber 4 zu 2 gewonnen. Der 4. gegen den 9. Finde ich realistisch. Das Ergebnis. Kann man nicht meckern. Mit 33 Punkten. Wir arbeiten uns langsam nach vorne. Auch Liverpool wieder mal gewonnen. Wie ihr gerade gesehen habt. Und. Ja. Wir tun ein bisschen. Saudi Arabien aufwerten. Was unser Netzwerk angeht. Klar. Wir haben Spieler verkauft. De de de. So. Der Co-Trainer. Borou Kuzmanowitsch. Hat herausgefunden. Dass ihr Spieler. Sergio bereits 15% Fortschritt bei der Fähigkeit Kopfball gemacht hat. Stellen sie das Trainingsziel. Um. Wenn er diese komplett erlernen soll. Sollen wir das? Was haben wir denn da? Hier haben wir Torriecher. Hier haben wir Einwürfe. Hier haben wir kurz Pässe. Na ich würde sagen. Wir lassen das doch einfach mal. So wie es ist. Wir könnten aber auch hier hingehen. Dann könnte es vielleicht noch darüber gehen. Kopfball. Machen wir doch mal. So. Kuzmanowitsch ist mein Co-Trainer. Wisst ihr noch von vor paar Let's Plays? Ja. Dann hat es geheißen. Kuzmanowitsch nicht verkaufen. Oder irgendwas war da. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann dachte ich mir auch so. Hä? Wo ist denn der Kuzmanowitsch? Jetzt merke ich gerade erst. Das ist mein Co-Trainer. Naja gut. So viel Ahnung hat der gute Mann von Fußball. Nämlich so gut wie nichts. So. 10% Fortschritt bei der Fähigkeit Ausdauer gemacht. Stellen Sie das Trainingsziel um. Wenn er diese komplett erlernen soll. Machen wir das? Oder machen wir das nicht? Ich würde sagen. Wir können ja mal gucken. Schusskraft. Wir nehmen die Ausdauer. Bäm. Ribero hat auch schon 25% bei Kreativität gemacht. Stellen Sie das Trainingsziel um. Auch das werden wir tun. Wo ist die Kreativität? Die dürfte hier sein. Ja. Dann machen wir das doch mal. Wir erhalten 10 Punkte. Die sie beliebiger auf ihre Spieler verteilen können. Jeder Punkt. Will ich einen Aktionspunkt einlösen? Nein. Das will ich nicht. Aber ich bin wohl drauf gekommen. So. Aulon Muschla. Mit einer neuen Stufe. Jetzt erreichen sie langsam alle Bronze. Finde ich gut. Oh. Dortmund hätte gern Lorenzati Sigi für 3,2 Millionen Franken. Das müsst ihr euch mal überlegen. Eieiei. Das lehne ich natürlich ab. Dann geht es gegen Zürich. Und dann gegen Sion. Das können wir auch so lassen. Das passt für mich. Und dann geht es wieder los. Dann gucken wir gleich nochmal auf den Transfermarkt. Erstmal unsere Weiterbildung. Wie immer. Damit wir ein paar Managerpunkte kriegen. Präsidium, Fans, Öffentlichkeit, Mitarbeiter, Spieler, Managerkollegen. Das heißt, Managerkollegen und Mitarbeiter könnten wir ein bisschen aufwerten. Wie auch immer man das nennen will. Wir gehen erstmal auf den Transfermarkt gucken. Ich habe da mal draufgeklickt und nichts ist passiert. Gut, dann muss man nochmal klicken. Und schon geht das. Soll ich Sigi verkaufen? Das wäre noch irgendwie lustig. Was haben wir denn hier? Norwich City 2,8. Können wir uns nicht leisten. 1,7 Millionen. 1,7 Millionen. Bartosz. Bartosz Kapuzka. Ich finde den Namen geil. Bei Liga Warschau ist er für 1,7 Millionen. Stufe 7. Kann auch noch einiges. Torriecher, Übersicht, Technik, Kreativität und Ecken. Oder halt eher hier. Aber er ist halt einfach zu teuer. 1,7 würde ich sagen, könnten wir versuchen. Oder eben 1,3. Wir versuchen mal ein Vertragsgespräch. Obwohl der ist schon 23. Was heißt obwohl? Eigentlich könnten wir das mal versuchen. Wir versuchen es einfach mal. Wir setzen hier 4 Stunden an. So, was könnte ich denn noch gebrauchen? Ich würde sagen, was gibt es denn hier an hochkarätigen Talenten? Gar nichts. Gar nichts ist halt auch krass. Gut, nichts was auf dem Transfermarkt ist, ne? Gibt es Spieler ohne Vertrag? Also es gibt keinen, der Talent hat. Es gibt irgendwie gar nichts. Alle Positionen. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Es ist auch so, wie es jetzt ist. Okay, so haben wir einen Verletzten. Wir haben einen mit Erkältung. Mit dem können wir ja mal reden. Warum auch nicht? Ich könnte übrigens auch mal mit den Leuten reden in der Halbzeit. Wäre auch mal nicht so schlecht. So, was trainieren wir diesmal? Pressing. Ja, können wir lassen. Das finde ich gut. Auch gut. Dann machen wir die Woche nur Pressing. So, Bernhard Häusler ist der Manager von Legia Warschau. Mit dem kommen wir jetzt ins Gespräch. Wir haben ein Restbudget von 3,1 Millionen. Das heißt, ich hätte mir den anderen Spieler auch leisten können. Aber wir gucken mal, ob der Spieler darauf eingeht. Er möchte sogar nichts haben. 1,1 Millionen. 100 Prozent Interesse. Ich finde den jetzt gar nicht mal so schlecht. Geht auch eine Million? Na, geht sogar. Vertrag unterschreiben. Wir haben einen neuen Spieler. So, das waren jetzt erstmal die eine Million. Das heißt, wir haben noch 2,1 Millionen Rest. Was will er denn haben? 320 Handgeld. Da kriegst du, guter Mann, 280.000. 800.000 Grundgehalt. Da gehen wir auf 700.000. Ja, oder 750. Sieg 6. Einsatzprämier 4. Können wir lassen. Alles andere ist für mich in Ordnung. Einmal drücke ich noch. Nochmal. Mit diesen wäre ich einverstanden. Na gut, dann machen wir das mal so. Dann haben wir noch 1,4 Millionen Rest. So, dir wünsche ich gute Besserung. Es geht voran, ihr Lieben. Ich sage es euch. Wir werden hier noch Meister. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Zürich ist da. So, unser Co-Trainer. Stellt mal auf. Rüffli, Sterju, Nuhu. Mohaim, Ruiz, Kintia, Stillhardt, Görtler, Kamberi. Alles so, wie es sein soll. Wir haben einen Stärkepunkt mehr. Was ich noch ganz okay finde. So, Watkowiak müsste ich mal versuchen, irgendwie wieder reinzukriegen. Was macht der Co-Trainer hier? Geht auf offensiv, hartnettig, zielgerichtet, 29 durch die Mitte. Ich bin damit einverstanden. Sogar total. Wie wir sehen haben, wir hier 7, 7, 7, 9, 7, 8, 8, 7 ist halt schon krank. Wirklich guter Mann. Ja, sieht gut aus. Natürlich gibt es wieder Geld für euch. Und ein normales Spiel, das wir professionell angehen. Die sind Dritter. Ich bitte euch. Wir gucken mal, was passiert. So, es geht los. Zürich, wir kommen. 20 Minuten rum. Hopp, St. Gallen, hopp, St. Gallen. Und jetzt ist die erste Chance da für uns. Victor Ruiz tritt die Ecke. Kurz auf Stillhardt. Stillhardt auf Kamberi. Kamberi. Puh. Vorbei. Musanuhu mit dem Freistoß. Stillhardt. Kintia. Der ging auch drüber. So, jetzt greift Zürich an. Baumann. Oh, oh. Ich sehe, oder Arne. Puh, ich wollte gerade sagen, ich arne Schlimmes. Sieg ist da. Sieg direkt auf Nuhu. Jumot. Görtler. Vorbei. So, kurz vor der Halbzeit noch ein. Kintia auf Ruiz. Ruiz auf Stillhardt. Stillhardt auf Görtler. Görtler auf Kamberi. Und das drin. Ah, schade. Leider nicht. Aber Kamberi im Nachschuss. Florian Kamberi. Viertes Tor. Und der Video Assistant überprüft auf Abseits. Gehe ich mal davon aus. Tor wird wegen Fouls nicht gegeben. Mann, 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 Mann. Was soll man dazu sagen? Ich finde die Noten gut. Kamberi mit der 1,5 vorm 10. Ist halt schon krass. Wir haben Stillhardt. Stillhardt das rechte Mittelfeld. Ah, der Co-Trainer wird das schon machen. Jeremy Julemott mit der Karte. Muham mit der Karte. 60 Minuten rum. Zürich greift an. Schettin, Baumann, Keffeli, Kramer. Ja. Machisano macht das erste Tor. Total unverdient. So, wir wechseln mal aus. Das ist gut. Und wir werden die Taktik logischerweise ändern. Auf äußerst offensiv. Bringt das was? Offensiv reicht hier auch. Ja, volle Attacke will ich nicht. Es ist halt schwierig, ne? Ja, wir werden auf Ballbesitz, Fußball bleiben und werden offensiv spielen. Distanzschüsse erhöhen. Konter nehmen wir ein bisschen raus. Dribblings machen wir ein bisschen hoch. Und dann gucken wir mal, was unsere Jungs die letzten 20 Minuten noch reißen gegen den dritten Platz. Hopp, St. Gallen sage ich nur. Hopp, hopp, hopp. Gelbe Karte für Adrian Winter. 80 Minuten rum. 87. Gelbe Karte Victor Ruiz. Komm, ein Ausgleich wäre noch schön. Lorenzo Gonzalez ebenfalls mit der gelben Karte. Ja, zu Hause verloren gegen den FCZ. Schade, aber das passiert. Können wir uns auf die Liga konzentrieren und dann wird leider nichts raus. Aber was soll's. Liverpool verloren gegen Chelsea. Ei, ei, ei. So, da wir jetzt mehr Zeit haben, in der Liga zu agieren, werden wir nochmal gucken, was das Training angeht, dass wir da noch ein bisschen was machen können. Aber erstmal spielen wir gegen Sion. Das Spiel gegen Zürich, muss ich sagen, tut mir leid. Schade, schade, schade. Aber jetzt fahren wir doch erstmal nach Sion. Die übrigens auch unentschieden verloren, unentschieden verloren und dann eins gewonnen haben. Wir sind auf alle Fälle stärker wie dieses Team. Die Bank wird neu besetzt. Mal gucken. Moheim, Rüffli, also unsere legendäre Truppe ist am Start. Hartnäckig, offensiv. Alles kann so bleiben, wie es ist für diese Woche. So, nochmal Geld reingepfeffert. Ich drück da immer drauf. Ich müsste das gar nicht. So, es sind schon wieder 30 Minuten rum. Wahnsinn. Ivan Martic. Sigi ist da, sehr schön. Hopp, Sitten, Hopp. Nein, nicht Ivan Martic. Jetzt habe ich wegen Nichtrauchens verstanden. So, Sion greift es an. Uh, hoher Rau. Und Sion gleich nochmal vor der Halbzeit. Clemenza. 45 Minuten sind rum. Ich kann nur sagen, was ich sagen kann. Nämlich, dass mir das nicht gefällt. Obwohl wir heiß sind. Die Teamstimmung ist heiß. So, was könnte ich denn hier mal machen? Ich könnte ein defensives Mittelfeld bringen. Will ich das? Ich weiß nicht. Wir könnten mal von 5-3-2-Dreieck wechseln auf... Lass uns doch mal gucken, was offensiv möglich ist. 4-3-3 wäre noch geil. Aber, ja, ich weiß nicht, ob 4-3-3 funktioniert. Aber 4-4-1-1 könnte funktionieren. Könnte. So, ich könnte aber auch... Ich könnte aber auch... 4-3-2-1 spielen. Was ich auch noch cool finde. Dann hauen wir den Jumot noch davor. Ihr seht ja, was passiert. 7-7 ist eigentlich okay. So. Da ändert sich auch nicht viel, ha? 4-7-1. 6-2 war er doch gerade. Ich wollte gerade sagen. Bringt das was oder bringt das nichts? Das ist halt die Frage. Ich kann es euch nicht sagen. Das hier ist ein defensiv Mittelfeldspieler, der hier auf zentral dann auf 5-4 geht. So, und ihn hier könnte ich noch mal... Ja, ist eigentlich... Er ist halt da mega geil, ne? Aber ja. Kommt ein bisschen nach außen noch, ne? Und den Ruiz, den haben wir noch ein bisschen nach vorne. Dann würde ich sagen, dann versuchen wir das mal. Und wir geben den ganzen eine extra Motivation. Bayern. Und ich sag's feier, wie sie es ist. Ich sag's ja, wie sie es ist. In der zweiten Halbzeit nicht schlagartig besser wird. Ja, nachher kennt euch die Parkplätze vom Trainingsgelände Schnitzen. Oh, ganz nett. Na, schnitzen können sie euch die Parkplätze vom Trainingsgelände. Das geht so nicht weiter. Jetzt macht's mal was und auf geht's, Buam. So, Sion greift auch gleich schon an. Der ging vorbei. So, nehmt die Zweikämpfer an. Sagen wir auf alle Fälle. Musa Nuhu mit dem Freistoß. Einfach mal direkt und da ist Musa Nuhu. Sein drittes Tor in der Saison. Ja, was überprüft er jetzt bitte? Foul oder was? Zeig auf die Mitte. Wegen Foul nicht gegeben. Das ist schlimm. Aber ich kann's nicht ändern, Leute. So, Lorenzo Gonzalez. Wir wechseln übrigens gerade mal. So, Nuhu, Gonzalez. Gonzalez auf Ribeiro und das Ding ist drin. André Ribeiro steht 1 zu 1 und wir haben immer noch die Chance, was zu reißen. So, 80 Minuten. Wir machen mal kurz Pause, um die Taktik ein bisschen zu ändern. Wir werden auch sehr offensiv gehen. Konter fahren wir zurück. Distanzschüsse können wir lassen. Abseitsfalle auch. Dribblings einen hoch. Alles andere passt für mich. Und dann würde ich sagen, äh, schauen wir mal. Wir haben noch gewechselt. So, Görtler geht und Letard kommt. Fabinho kommt für Kambiri. Und, äh, Maschke kommt für Rüffli. Schauen wir mal, ob was geht. Sion greift an. Bitte, bitte nicht. Uuuuh. Karlen hat's gemacht. 2 zu 1 Sion. Leider verloren. Und dann würde ich sagen, Ja, so schnell kann's gehen. 34 Minuten rum, ihr Lieben. Das war's dann wohl schon wieder. Ich geh mal grad noch auf dem nächsten Screen. Nach der Aufwertung. Nino Tamaro nimmt sich eine Stufe mit. Schweiz-Italiener. Warum nicht? Und, ja, gegen Servet geht's dann weiter. Wir sind immer noch vierter. Wir sind immer noch vierter. Ich bin eigentlich immer noch total zufrieden. Also, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.